Hallo, hier ist David. Ich bin mit Kranloppen. Das ist immer noch in der Rühne. Heißt, es ist viel Geschiebe, viel Matsch, viel Schlamm. Es hat heute nur geregnet. Dementsprechend sieht er raus. Ich übernachte jetzt in einer Bushaltestelle. Sehr hübsch, mit zwei Fensterchen. Draußen ist ein netter Brunner, der sprudelt ganz gut. Und morgen wieder früh raussehen. Ein bisschen was schaffen. Und jetzt in Englisch. Es rained cats and dogs today. Und der Track war wirklich muddy. Jetzt bin ich in Kranloppen. Ich bin hier in einer nice Busstall. Aber wir sehen uns, was passiert.